Die Nacht der Blasmusik ist angebrochen. Für uns ist es ein ganz besonderer Start in die neue Saison. Mit Freunden aus nah und fern. Wir sind froh, dass ihr alle da seid. Wir sind froh, dass ihr alle da seid. Liebe Gäste der Disselhäuser, Nacht der Blasmusik. Wir sind schon ganz gespannt auf alles, was heute noch kommt. Den ersten Eck haben wir jetzt schon erlebt mit den Ayersheimer Musikanten. Sie haben uns, Sie haben euch alle natürlich schon Bestes unterhalten. Es waren aber ganz tolle Solo-Einlagen dabei. Und ja, da haben Sie sich wirklich einen ganz großen Applaus machen. Ich habe euch noch mal von dem Klatsch noch mal kräftig. Ich habe euch 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 noch mal kräftig.